Komm, man war richtig Dreck jetzt. Weg mit denen, alles in die Lava. Obwohl ich mich schnell gehaunt habe. Wo sind die Flieger? Äh, ich weiß es nicht. Fliegen so komisch. Einer ist durchgekommen. Das ist behindert, ey. Die kommen von oben. Nur von oben. Ja, warte, dann baue ich da andere Dinger rein. Nicht drücken, ich hab schon gedrückt. Wir sind von einer ganz schnellen Sorte. Ja, ich hab wieder eine. Wir müssen von hier irgendwo kommen. Wir fehlen Zweifeln, Archer. Ich geh tot, ey. So, ich bin durch. Ich weiß nicht, wo ich was hinbauen soll. Wir fahren jetzt von oben. Ich kann hier oben keine Flammen aufbauen. Das wird ja lustig. Ah, von hier kommen die. Von der Seite. Holy moly, ey. Das wird sich hübsch an dir machen. Die Party geht los. Und ihr seid alle einig. Das kann ich nicht machen. Ich muss die in die Lava stoßen. Mehr Mana wäre nett gewesen. Die auch machen sollen. Was ist denn meine Fall aus? Was ist denn sonst? Genau noch. Die Sonnerviecher. Oh, an der Seite. Wreckige Golemsviecher. Von hier oben, ne? Da kommen die alle. Wie beim Bowling, wenn ihr die Viecher killt. Okay, okay, okay. Und die Viecher. Fliegende. Wir sind von nah dran. Wir sind von nah dran. Irgendwie bin ich richtig gut. Das wird uns schon nicht mehr gesagt, von wo die kommen. Das wird sich hübsch an dir machen. Los geht's. Äh. Da. Die stecken aber gut was weg, ey. Jetzt sind noch welche durch. Wo kommen die denn? Die richtige Kombination. Äh. Ich bin aber auch total verwirrt. Hier unten irgendwo. Andere Seite bei dir, ja. Genau. Ui, jetzt ist ja gar nichts. Schick mir mehr. Über die andere Seite. Uua. Das wird nochmal spannend. Die sind schon nah dran. Und diese kleinen Viecher, ne? Keine Chance, dass ich die neu erreichen kann. Schick. Alter, der Level-Design ich nicht. Boah. Ganz komisch. Ganz, ja, ja, wirklich. Ich muss immer aufpassen, dass hier oben nicht rauskommen, die kleinen Viecher. Kann schon nerven. ganz, ja. Ganz wie ne gute alte Hexenverbrennung. Ganz wie ne gute alte Hexenverbrennung. Nur mit Ox statt mit Hexen. Ich lass die hier durchlaufen. Ich lass die hier durchlaufen. Ja, das klappt, das klappt. Die Archer machen einiges im Schaden. Ich lass die hier durchlaufen. Doch, jetzt wär aufgenommen, weil die letzte Welle war. Welle zu Ende. Wow, wow, wow. Jetzt kann ich sechs Orks auf einmal erressen. Wow. Bei die blauen. Wir wollen noch. Oha, die rennen schon vorbei. Wie schnell sind die denn? Wir sind schon nah dran Keine Drecksviecher Oh Komm her Leck dir die da rum Die sterben schnell Ja, da unten Oder die fliegen Boah, scheiß Kohlen Dann machen wir mal so Geht die epische Musik los Keine Viecher Auf die wieder zu beladen Woll, wohl, wohl Noch bei dir Obwohl, eigentlich wäre das Klug, die Anlass zu bauen So wäre, glaube ich, besser Falls die daran vorbeilaufen So Zweifel noch Die Wichser laufen andersrum Von dir kommen jetzt von hin Nolle 3 Ja Und nur aufpassen, dass oben keiner lang läuft Jawohl Jawohl Wo noch gibt's Fliegende? Äh Das war unglaublich Okay, zwei Wellen noch Das wird klasse Die Schonzeit ist vorüber Okay, hier wird alles gerillt Boah, hier kommt eine Menge, ey Fliegende auch Das dürfte ein neuer Report sein Wie schaffen das da die Bogenschützen Bleiben über jemanden Fliegenden So, was war auf einmal Ja Boah, da war wieder leicht So, letzte Welle, holy shit, ey Jetzt geht's ab Jetzt will ich aber was sehen Jetzt kommen die von überall Bloß die kleinen Viecher auch Immer ganz wichtig Die kleinen Viecher aktivieren immer die Fall Und die Wohlen laufen dann vorbei Okay 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 Wollen wir irgendwo durch? Äh, nee, aber du kannst, wenn du Zeit hast Ja, ist schon wirklich sehr wichtig Du kannst, wenn du Zeit hast Dein Bogenschütze ist außer Gefecht Dein Bogenschütze ist gefallen Na Oh, nein Jawohl Die Ordnung wiederherstellen, Freunde, bis zum Schluss Du hast eine Belohnung erhalten Doppelsprung, Albtor-Monus, klassische Ordenschlacht Jawohl Das war Orksmars 3-2 Irgendwie fand ich den ersten Teil ein bisschen schwerer Kann aber auch daran liegen, dass du Co-Obs schon alleine bist Ja Wenn du alleine bist, ist das viel schwerer Können wir ein Zauberbuch upgraden Neumal davon fahren Ist wahrscheinlich direkt zurückgeworfen Ist das zu glauben? Ich rette schon wieder die Welt Der Plan des Alten ist aufgegangen Die Magie ist in unsere Welt zurückgekehrt Schon komisch Wir haben ihn nie wieder gesehen Er dachte wohl, dass seine Zeit vorüber war Die Irre sagt, dass wir den Orden wiedererrichten müssen Und dass wir es diesmal richtig machen werden Was auch immer das heißen soll Dann zieht sie diesen süßen Schmollmund Und alles ist gut Jawohl, ey Wir werden viel Hilfe bekommen Jetzt, da die Magie zurück ist Wollen plötzlich alle wieder im Sieger-Team mitspielen Wir werden stets auf den Festungsmauern Wache halten Und die Spalte hüten Damit zu Hause die Lichter anräumen Sie sind nämlich immer noch da draußen Mann, ich liebe meinen Job Holy moly Am Abgrund Jetzt können wir auf Albtraum weiterspielen Holy moly, ey Das war wirklich nicht so schwer wie ich dachte Aber manchmal kamen da einfach Viecher durch Aber da hat man zu spät gecheckt Weil wir zu blöd sind, ja Richtig Aber alles in allem war dann schon ziemlich cool Und dann bin ich gemelt